Norddeutscher Rundfunk Losse H solving Willst du Ein Vodka machen? Ja, jetzt war ich ein Vodka Dann musst du deinen Hoffnungsausschluss unterscheiden Die, brauchen wir die Karten noch? Die Karten? Ich hab's nicht gezeigt, ich hab's nicht gesagt. Und das kommt nichts an der Karten. Was ist der? Die Basierung für die Ingeniehen und die Karten. Oh, das ist schon der Ehre. Ja, aber ich kann es nicht. Nichts Problem.